Also wenn wir in so einem Relent das Achmol, es tun die teure Parshies für den Mitzwes, den Haluches, den Parshies für den Maas im Schehoi, im Relent das Vajikro, es ist bei Iker Haluches, es tun die zwei Maas, den ganzen Tag Vajikro, eine von da ist in der Hand der Parsh. Lichtig zu bemerken, wie also in der Parshie, in anderen Werte, was wir noch gelernt haben bis jetzt, das ist schon was wir in meinem Leben, wir können es auch treffen in der Maas, es steht beferdigt, dass es geschehen. Aber es ist eine Maas, wir können sagen, es ist ein Geschehen nicht nahe in der Maas. Es ist bei diesem Maas, alles wird geteilt in der Haluche. in der ganzen Maas, da habe ich die geheißene Parsh, das ist ein Geschehen, das ist ein Geschehen, in der Pinklich-Dos hat man geteilt, weil du, die Sachen, die nicht im Parshies belehnt, in der Friede gepeilig, die Sachen, die nicht im Friede gepeiligen Parsh, in der Zewi, das ist ein Geschehen, in der Pinklich-Dos hat man geteilt, ich denke an Schimm Maas, immer will sagen, eine von den Kollegen von der Maas, in der Haluche, in der Haluche, in der Sache, was du rettest, und ich kenne es an dich. So ist der Haluche, ich glaube, es ist ein Geschehen, das 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 ist ein Geschehen, oder was geschieht in der Welt, oder die können es an dich. Wenn du, die Parshie von der Mischk, die größere Kinder von der Parshie, die kommen zu der Mischk, dann können sie nicht an dich. Also das ist ein Geschehen, die Pinklich-Dos hat die Haluche, und die Mischk. Und du, wenn du ein Maas, was sagt, dass eine Kinder von der Maas ist, dass du ein Geschehen an dich, und du lehst, das ist ein Geschehen an dich, als das ist geschehen. So ist es gar nicht nur, aber das ist das. Das ist das. Das ist das. ... Also man lernt friert. 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 Also man lernt friert.